Einen wunderschönen guten Morgen und Willkommen zurück zu Dead Space. So langsam aber sicher im Endspurt, würde ich sagen. Ich habe jetzt absolut keine Ahnung, wo ich hin muss. Nein, ich glaube, ich bin von hierher gekommen. Ich muss da runter. Sag ich doch. Klappt mir halt auch mal was. Äh, äh. Was ist das? Ich kann es in meinem Kopf spüren. Wir kommen näher aus. Der Marker weiß, dass du hier bist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn die Zeit reif ist, willst du es essen. Ihhh. Ich hoffe, mich anzuspucken. Dann komm mal ein bisschen näher. Ach, du bist das hier unten. Ich habe ja gar nicht gesehen jetzt. Scheinbar muss ich diese Laser umgehen, damit ich auf die andere Seite komme. Das wird ja ein Spaß. Das sieht aus wie so ein Marker. Ja, ist ja schön und gut. Äh. Aber, ähm. Was soll ich jetzt wie anstellen? Ihr wollt doch jetzt nicht ernsthaft, dass ich da durchrenne. Die Protocols will ja nicht herbivorenen. Was hat's gut? Oh ja. Die waren so toll. Das ist mein Zeug. Der andere Seite ist nicht so großartig. Der andere Seite ist ja gut. Herzen allerliebst! Was machen die Laser eigentlich? Nur mal so, just for fact testen. Das war nix. Ich will das nur mal testen. Machen ja gar nix. Ja, testen will ich jetzt aber auch nicht so wirklich. So, wo seid ihr? Drecksblach, Kinder. Weg mit dir. Dreckigen Hater. Ach ne, das waren ja die anderen. Trotzdem. Das sind die Kinder von die Hater. Und so. Schön. Bis jetzt läufts ja ganz gut, ne? Aber ich will den Tag machen. Ich will den Tag nicht von den Abend loben. Wie jetzt? Ich rein gegen das Denk und ich zahre. Springe in 1000 Teile? Ach nö, oder? Seems legit. Ist klar. Da kommst du angekrocht. Das hab ich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Mach mal ab hier. Ja, ist egal. Ja, nee. Ist klar. Halten Spaß. Spaß für die ganze Familie. Du stirbst gleich mal. Was bist du denn? Du warst weiblich. Kann ich mir jedenfalls so vorstellen. Dass du weiblich warst. Ah, das ist doch verarscht ist das doch. Ich muss hier wieder langlaufen. Ah, diese blöden Drecksblachfischer. Gingen wir auf den Keks. Hau nochmal ab, Mensch. Blödes Mistvieh Elendes. So. Und da, wer noch? Hinter mir. Das ist meistens so. Hinter mir. Ach ne. Oh, das war der Arm von irgendwas Toten. Ich dachte, es kommt wieder was. Wir lernen's aber auch nicht, ne? Nee, du darfst nicht mit. So. Links, rechts, geradeaus. Hoch, runter. Wo muss ich denn hier lang? Markerlaser online. Scheiße, schalte ich einfach mal aus. Was hältst du denn davon? Brauch eh keiner. Mhm. Ja, ist schon so richtig irgendwie. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, Stase. Für was denn nun wieder so viel Stase? Ich brauche nicht so viel Stase. Ich habe das kaum benutzt und würde es auch nie gebrauchen können. Das Brückenteile könnte ich mit Chinesen wieder an Ordnung stellen. So. Läuft. Achso. Ich verstehe. Alles muss man hier selber machen. Nichts geht hier. Ich muss da hin. Gut, dann gehe ich erst hier hin. Feierlicher weißer Manni. Ah, und so. Weißt du Bescheid? Da geht die Birne weg. Mein Lieber. Ja. Spinnst wohl. Hier rein also. Okay. Das will mir nicht gefallen. Was ist hier gerade passiert? Wo sehen die dann eigentlich alle hin? Beziehungsweise wo springt die denn hin? Hm. Oh. Kimmerfelds, Forschungslog 43 546. Wir hatten Erfolg. Die Markerschicht hat gehalten. Es ist eine vollständige physische Datenstellung der heuristischen Algorithmen von Patient 4. Und zwar ohne Rückschläge. Die tatsächliche Konstruktion beginnt morgen. Heute Abend wird gefeiert. Ich hoffe nur, dass ich nicht in der Mitte der Party einen Blackout habe. Aus irgendeinem Grund habe ich Angst davor. Ich will nicht. Gut, das sind also die ganzen Polizei- Spasten! Gut. Ich will in den Shop. Darf ich aber nicht! Warum auch immer. Ich darf nicht! Na gut! Geh ich halt hier lang! Die sieht Dreckfische an. Gehen wir auf den Keks. Sterb halt. So. Wo wollt ihr denn hin? Kommt der jetzt zu mir? Gnade euch Gott. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Es war das gut, dass ihr wieder zu mir kommt. Jo, wie viel denn noch jetzt? Pass mal auf, hä? Immer auf mich anzuspucken. Das ist sehr freundlich. So. Dass du gleich nicht auf dumme Gedanken kommst. So. Ah, ich liebe das Teil. Ich liebe das Teil. Räumt schön auf. Na, 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 na. Wird denn gleich. So muss das laufen. So nicht anders. Kommt da alle her. Genügend. Immer schön, ja, damit so. Ist wie ein Mohun. Das reicht's aber, ja. Das reicht's aber. Alter. Reicht's aber. Hab ich gesagt. So. Nun heißt es erstmal, Munition sammeln. Ja, da hast du keine Chance gegen das Teil, ne. Die Fischer verschwinden, ja. Och, Männe. Du, das ist ein Laud. Ja, egal. Oh, egal. Gehen wir wieder Medikid. Hm, ja. Das ist ja vollgebracht jetzt. Ja. Rein damit. Wo bin ich denn hier? Umbrella Corporation? Oder? Okay. Dann wähle ich dann doch lieber das Teil. Zielen sollte gelernt sein. So. Das Ding ist schon geil gemacht. Also, dieses Laser-Ding ist da. Ihr wisst schon, was ich meine. Round 2. Fight. Oder wie sieht das jetzt aus? Bock auf Tekken hätte ich jetzt. Ja, ich bin Tekken-Fan. Schnauze also. Das ist jetzt mehr wie fuck. Ey, das war gut geschossen. Oder nicht? Ich weiß halt nicht, wo lang. Oder, naja, wo lang weiß ich schon, aber... Ich weiß halt nicht, wo es so wirklich sicher ist hier. Na, ihr hofft zu spucken. Hat mir der das beigebracht hier. Das ist wie die Jugend von heute. Hau doch mal ab, hab ich gesagt. Du wirst mich nicht voll spucken, hab ich gesagt. Na, ich sag so viele Dinge. Gibt dann auch noch geil zu sein. Nix hergeben wir. Immer diese Streuermunition. Die ist ja an sich geil, aber... Warum krieg ich das eigentlich nicht? Hey. Buggy. Boah, trete ich ja nicht auf das Ding, ey. Dacht jetzt schon. Gibt's auch nichts mehr. Gut, dann haut doch. Dann verschwindet er auch mal von meinem Sichtfeld. Wo geht das jetzt hier noch hin? Ach, das mache ich. Was war das? Gesund klangt das ja gerade nicht, ne? So, du bist tot. Du bleibst auch sicherlich tot. Du wirst aber irgendwann aufstehen. Gefällt mir alles nicht. Ist es mir zu offen? Hm? Hä? Ach hier. Du wirst, du bist tot. Kenner Verlust, Forschungslord 43549. Zu der gestrigen Nacht hatte ich wieder einen Blick. Als ich heute Morgen aufwachte, erstarrte ich auf eine winzige, aber vollständige Version des Markers in einem der Kristallschichtbecken. Ich höre ihn noch immer in meinem Kopf, wie ein genauso lässt, es fliegt Ich weiß, dass Sie immer wissen, aber das hier ist etwas als anderes Was ist ganz schrecklich? Wow Äh, was, wie, nein, ähm Hä, was, 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 was für Storze G, F, C, genau, hab ich ja gesagt Du hältst verdammt viel aus. Freu mich schon. Gut. Das war ein Schuss, ne? Hast du nicht damit gerissenet, was? War ja klar, weil das was Großes kommt. War ja klar. So, ähm, dummdi-dummdi-duu. Das ist immer das Einfachste, was man hier machen kann. Aber so benutze ich eigentlich, das ist selten. Sollte ich eigentlich mal öfter machen, aber nun ist auch zu spät. Alter, wie weit ist denn das? Bis zum Marken. Jetzt können wir das wieder machen, ins Ganztusse? Wow. Das ist immer so ein weißer und so ein dunkler. Das kommt wieder ein weißer und dann ein dunkler. Nee, dunkel. Verdammt. Aber dafür weiß. Hm. Margaroni laufen soll ja auch. Die gehen aber alle zum Marken. Du heilige Margaroni. Und da soll ich hin? Es wird ein Traum. Das überlebe ich niemals. Oh. Das ist einmal... ...etwas ganz Tolles. Wir schauen einfach mal. Nee, da will ich nicht hin. Und zwar verkaufen. 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 Stase. Verkaufen. 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 So. Äh. Darf ich mal ein bisschen mehr holen? Nee, das... Äh, ich wollte es bewegen. Und ein paar Medikits mitholen. Und den Rest in... Ja, nackigen Knudeln. Das läuft. Medikit genommen. Speichern. Obwohl, wir gehen also zur... Workbatch. Mal sehen, was wir da noch so haben. So. Der Tab ist alles. Stase brauche ich nicht wirklich. Staste. Ja, die könnte ich eigentlich gebrauchen. Die Breite erhöhen. Die Kapazität erhöhen. Äh. Den Schaden natürlich erhöhen. Äh. Sekundärfeuer. Brauche ich eigentlich weniger. Plasma-Kader. Schnelleres Nachladen muss sein. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Äh. Ja. Warum mal nicht. Stase. Äh. Ja, Dauer. Mach es halt. Die Dauer ein bisschen höher. So, machen wir das noch eins hoch. Und so läuft das. Jetzt heißt es speichern. Und dann... einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann also im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat... Daumen nach oben. Kommentieren. Und Spaß dabei haben. Wir sehen uns. Bis dahin. Bis dahin. exactly. Vielen Dank.